Ja, liebe StepKicked-Teilnehmer, Timo Pertl hier wieder vom FC Magdeburg. Ich unterstütze euch ja bei der Situation hier mit dem StepKicked und mir ist zu Ohren gekommen, ihr habt schon sehr fleißig Kilometer gesammelt und ja deswegen würde ich sagen, starten wir schon mal die erste Challenge. Es geht darum, wir Profis vom FC Magdeburg, wir laufen ungefähr sechs Kilometer pro Training und jetzt die Frage an euch oder die Challenge, schafft ihr pro Tag sechs Kilometer? Bis zum nächsten Mal.